so und herzlich willkommen zurück zu nikopara ich habe schon wenn ich aufgenommen deshalb ich habe auch kein klar was jetzt waren aber ich glaube wir haben ja wieder pünkt zum kapitel schluss gemacht also einfach mal laden wo ich war okay das sieht man nicht aus aber irgendwas gefunden was sie auch noch kann also cool du hast ein rezept für eine bestellung gemacht cool yeah good job you really giving it you all aren't you coconut ipad coconut who's got a police look on her face das geht schon los perfekt oh yeah die session komplett fertig für gerade angefangen das ist nicht gut sie ruft ihr cheek across my chest i guess a cat girl is a cat girl even if she's huge unlike shoko and vanilla she has a very womanly figure she's got a really ample bust and shapely butts too alter sie nennt sich großer bruder und kostet sowas in die ecke hör auf hör auf einfach auf i've started really seeing her more as a woman and she's quite a track to wait no stop no matter how you look at it coconut's just a knife kitten sugary might have been trying to push you in the direction yesterday but that still doesn't mean you should start looking at her like that cashew ach na eben da war ja was mit denen mit denen zusammen sein ah ja 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 jetzt kommt es wieder i scow myself internally nein ist alles cool nothing was are you talking about der guckt immer zu troubled wenn du in der Nähe bist das soll doch mittlerweile für dich normal sein oh nein mach weiter she looks up at me with eyes full of concern her face is so innocent gilt begins to tear at my heart ha 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 i take a deep breath to try to hide what i'm thinking from coconut and gently stroke her once more there's no way i'd hate it when you play for do now it's cute but i was just a little embarrassed she robs her whole body i guess without even a hint of shame this is just a cat girl's display of affection right it's how a cat girl shows her love it's just how she shows her love she's soft and supple no matter where touch i try to drive away my impure thoughts by cautioning myself over and over again in my head like a chanting a spell alles is good alles is good oh du schon wieder geht bei seite choco da ach so die will natürlich auch noch na natürlich die sind doch fertig hey don't just force me to pet you both now choco and coconut coil around me was denn jetzt ist gerade alles so schön was ich will wissen was das geben soll jetzt bin ich gespannt ist das denn ernst ist das denn ernst schokolade geh nach hause kannst du kannst du aufhören bitte das ist nein machst du das etwa öfters Das kann ich dein Ernst, ich, nein, einfach nein. Erstmal gucken, ob die Brüste weich sind. Man kennt's! Kokonaut watches in amazement, als Chocola buntet in Entschuldigung, aber es wird mehr und mehr worn out of Ichak. Es ist nicht so, wie ich nicht über die Unterschiede dachte, ich glaube, wie Chocola fühlt. Warum tue ich das? Ja, und du bist schuld dran, herzlichen Glückwunsch. Ach, jetzt tut er nicht so. Kannst du nach Hause gehen? Niemand will dich, Kokonaut. Du bist ausgeschlossen. Du bist ausgeschlossen, Kokonaut. Chocola, Kokonaut. Geht nach Hause. Sie schaut mich, als ihr eyes blit und die Gesichter wird blit. Nein, nein, ich war nicht so, wie du. Und eine wunderschöne Pause liegt in der Luft. Ich denke, du kannst sagen, dass ich sie leere, aber... Ja, natürlich. Es ist nicht so, dass ich mich nicht kontrollieren konnte, richtig? Ich denke, ich sollte etwas sagen. Aber dank an diesen unerwarteten Entwicklungen, bin ich schlafen. Nein, nein, alles ist cool. Nein, 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 machen wir nicht. Nein, 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 nein. Kannst du aufhören, bitte? Nein. Ja. Why does she keep torturing herself like this? No, I didn't mean anything like that. Was denn jetzt? Nein, ich lehne ab. Sure. I brought out something I didn't mean to say. Why let her last for words again? She looks up at me again, her eyes both troubled and happy. Für jede Augenfarbe eine Emotion. She stares at me as she plays with her fingers. No, I didn't mean to make it seem like I was looking at her that way. I was just trying to be careful, so that I wouldn't look like I was. I mean, Coconut's innocence, since she was suddenly still a little kid girl. But she has the figure of a pin-up model. My eyes cloud over a bit. Coconut's face seems to have become extremely attractive. Before I realize it, I'm checking her out, up and down. Koko-chan is a very good one. You brought it to the point. Herzlichen Glückwunsch. What's all about I was talking about? Sometimes she will do not:" Well, don't do not tell me what? No, don't say something like this. Was denn, das ist doch gar keine Sex-Szene, du hast doch nicht sein. Können wir aus sowas ein GIF machen oder so? Ist ja bestimmt lustig. Oh, tschüss. Ich klapfe meine Hand auf meine Schokolade-Maube, bevor sie nichts mehr sagen kann. Ich nehme eine tiefe Wunderschöne und schaue an Kokonautsdurch. Warum nicht wir nicht vergessen, dass wir das ganze Thema für heute? Lass uns fokussieren, wir arbeiten hier noch nicht. Ja, Kokonaut, if you know how to do the receipts for the online orders now. Would you mind taking care of the shipping addresses as well? Ja, lass uns einfach gießen. Ja, und schaust mich, ja. Wurfen, arg, wunnot, she runs out to the storefront. Ja. Now that I've noticed, I can't unsee it. Originally, I just thought she was cute and friendly. But now that I'm aware of her body, it's all I can do to avert my eyes. And now both Shigure and Shokula are trying to spur me on. What a headache. Hmm, Shokula. I look over at the Kattu, who has suddenly gone silent. Bleib ruhig. Sorry, Shokula, I didn't realize that I had put my head over your nose too. It's just ended. Stay with me, stay with me, Shokula. I almost just ended my beloved Catpanions life. Äh, dieser Type. Oh, jetzt haben wir 10 Wechsel. Das heißt... Wir wissen all, was es heißt, ich weiß. Es ist nicht schön, aber der Part muss enden. Er muss enden. Ich muss halbwegs wissen, wo ich aufgehört habe beim nächsten Mal. Deswegen, wo ich sagen, wir sind jetzt im nächsten Part. Ich, ich sehe die Sexszenen zu kommen. Ich, ich, nein. Nein, ich, nein. Bis zum nächsten Part und bis dahin.